Der Gründer Peter Monteverdi vorstellen und seine Tätigkeiten kurz schildern. Der am 7. Juni 1934 geborene Peter Monteverdi entwarnt als 16-Jähriger diesen hübschen kleinen Sportwagen Monteverdi Special, der als Urahne der Schweizer Automarke Monteverdi betrachtet werden kann. Der Monteverdi Special wurde 1952, als der Konstrukteur 18 Jahre alt war, fertiggestellt. Das Auto war fertig und das Auto war eingelöst mit Basler Land 1616. Er fuhr mit diesem Auto herum und hatte natürlich eine riesige Freude, das war selbstverständlich, das war sein Stolz, das kann man sich auch vorstellen. Aber was haben wir gemacht mit 16, haben wir sicher alle anderen Tausendet haben, wo wir kein Auto machen können. Und da haben wir schon gesehen, dass er in das Leben etwas Spezielles zu machen will. Sie waren wieder da ganz dringend in der Straße stehen und ich als Führer... ...wache war er eine internationale Rennfahrerlizenz. Als jüngster Ferrari-Vertreter der Welt bestritt Peter Monteverdi internationale Sportwagenrennen, unter anderem mit einem Ferrari-Monsa, sowie mit diversen Varianten des heute begehrten Ferrari Testarossa. Zur Rennsaison gehörten ein Brotkurs und Bergrennen, wie hier in Monomila, wo er einen höchsten Preis mit nach Hause nahm. Diese Aktivitäten führten zum Bau des zweiten Fahrzeuges aus dem Führer Monteverdi Design. Ein Ferrari-Monsa-Ringsportwagen wurde mit Flügeltüren ausgerüstet und für den Straßengebrauch umgebaut. Die Ferrari Monteverdi 750 Monsa-Poupé wurde 1958 fertiggestellt und galt als eines der schnellsten Straßenfahrzeuge seiner Zeit, was der Designer unter anderem beim Bergrennen in Kanderstedt bewies. Peter Monteverdi nahm mit einem Renault-Werts-Auto an der Rallye-Meisterschaft Teil hier in die Genfer Rallye 1959. Er scheute sich auch nicht vor Langstrecken bringen. Beim Start des 1000-Kilometer-Rennens auf dem Nürnbergring 1949 sprintet Peter Monteverdi gerade auf den vom Mercedes-Werk zur Verfügung gestellten Mercedes 300 SL Roadster mit Nummer 61 zu. Der begeisterte Rennfahrer absolvierte zwischen 1957 und 1961 nicht weniger als 100 internationale Rennen. Der Bau eines eigenen Rennwagens war für ihn der nächste logische Schritt. Die damalige Formel Junior mit Leistungswerten, die an die Formel 2 heranreichten, stellte eine ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeit für eine neue Marke dar. Neben MBM Monteverdi Beningen Motors Rennwagen wurde auch eine Serie Go-Cars angefertigt, welche vom Automobilclub der Schweiz den Mitgliedern für diverse Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wurden. Die MBM Formel Junior Rennwagen wurden weltweit verkauft und gefahren, hier in Sebring, USA. In den Händen von Peter Monteverdi und anderen Rennfahrern erzielten sie geachtliche Erfolge. 1960 ausbrete Peter Monteverdi den ersten Formel 1 Wagen, der je in der Schweiz gebaut wurde. Mit diesem MBM Formel 1 Rennwagen erzielte er im In- und Ausland internationale Erfolge. Seine Karriere als erfolgreicher Rennfahrer endete 1961 auf dem roten Heimling. Bei einem verheerenden Unfall wurde Peter Monteverdi schwer verletzt und sein MBM Formel 1 Wagen zerstört. Ich kann euch sagen, das ist das Höhste gewesen, was man mal mit erleben konnte, am vordersten Front mit all diesen Piloten reden. Und das ist natürlich etwas ganz Spezielles gewesen. Aber die Care-Seite war, was das kostet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hatten sehr gute Sponsoren, aber die Millionen haben niemanden angewandt. Das heißt, wenn wir schauen, wie alt da das Geld in der Unendigkeit geboten ist. Und wenn wir viel Geld haben und gute Schüler haben, viel Geld für wir haben, kaufen wir ein Formel 1 Team, dann haben wir kein Geld mehr. Und das ist so, weil das ist unklautig, was das kostet. Sie sagen ja jetzt viel selber, ich mag uns leider nicht gönnen, weil er ist ein ganz toller Teile, aber wir in der Schweiz haben einfach unmöglich... In der Folge beschloss er sich ausschließlich seinem Unternehmen zu widmen und leitete bis 1965 seine Ferrari-Vertretung weiter. Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen Peter Monteverdi und Enzo Ferrari wurde die Vertretung aufgegeben. Peter Monteverdi wollte von seiner Erfahrung als Rennfahrer und Konstrukteur profitieren. Das von ihm vorgestellte Langzeitprojekt sollte alles Vorangegangene in den Schatten stellen. Endlich war es soweit. Nach zweijähriger intensiver Arbeit, Konstruktion und Organisation wurde am 14. September 1967 der Monteverdi Highspeed 375 S vorgestellt. Ein Fahrzeug der Spitzenklasse. Eine Synthese von Luxuslimousine und Sportwagen im echten Gran Turismo-Stil. Nicht weniger elegant war das bebiegene Echtlederinterieur mit allem erdenklichen Komfort. Die Antriebsquelle, ein 375 PS starker 7,2 Liter Kreisermotor garantierte Leistungswerte für hohe Ansprüche. Der 375 S Monteverdi Highspeed war 1967 der erste in der Schweiz entstandene Luxuswagen. Nach 33 Jahren hatte die Schweiz endlich wieder eine eigene Marke. Bereits am Genfer Automobilsalon 1968 war eine viersitzige 375 L2 Plus 2 Variante ausgestellt. Mit dem 375 S Coupé und dem 375 L2 Plus 2 Coupé war die neue Linie etabliert. Und Monteverdi Wagen fanden auf dem internationalen Markt großen Anklang. Nach etwa einem Jahr hatten sich die Monteverdi Wagen mit ihrer Marke. Die Monteverdi Wagen wurden in Binning angefertigt. Die Karosseriebleche in einem Monteverdi-eigenen Berg in Turin. Alle Zeichnungen, Prototypen der Verkauf und so weiter wurden in den Lokalitäten an der Oberwieler Straße ausgeführt. In den Räumen des heutigen Monteverdi Museums. Für den Salomax 170 hatte Peter Monteverdi eine Überraschung bereit. Ein 5K ZF Getriebe wurde mit einem Kreisler Hemimotor verbunden und in ein neu entwickeltes Chassis eingebaut. Das sind meistens eben wie jeder. Die sind als in der Gruppe, wie das eine solche Schlaggung abgibt. Und die durch die Hauptsparte sind, das war erst durch den Räumen. Und dann haben sie gesagt, was machen wir? Da müssen wir uns alles machen. Und wir sind die ersten, die so eine Sportart auf der Welt haben, mit dem Bekauf. Mit dem Kind, mit dem Kind, mit dem Kind, mit dem Kind, mit dem Kind. Und dann haben wir gesagt, wie ziemlich das nicht aktuell ist. Es muss für uns nicht ganz anders sein. Und das ist natürlich etwas zu sein, das sehr gut angekommen ist. Die ersten Autos sind ausgeliefert worden und wollten niemals gehört sein, das Auto ist wunderbar, aber ich kann niemand mitnehmen. Es hat nur zwei Plätze. Unter größter Geheimhaltung entstand in der Versuchsabteilung in Binningen ein neues Fahrzeug mit Mittelmotor, das am Automobilsalon 1970 unter dem Namen Monteverdi High vorgestellt wurde. Es war die Sensation vom Genfer Salon 1970. Von 0 bis 100 Stundenkilometern in 4,5 Sekunden eine Spitzengeschwindigkeit von 290 Stundenkilometern, damals eine atemberaubende Leistung. Nur zwei Exemplare wurden gebaut. Die enorm leistungsfähige Maschine war einfach zu stark und fortschrittlich, um serienmäßig gebaut zu werden. Peter Monteverdi beschloss, seine zwei Haie nur zu Werbezwecken einzusetzen. Wir konnten nicht einen Motor einstellen. Wir haben von 2005 langen Lebensalterzeit aufgemacht und haben einen eigenen Motor entwickelt und der ist nie so. Es gab Millionen Eussagen und ein Leserwerkdaten, was in der Verkaufs Caoimitin mit ihm ist. 1971 kam die Einführung eines weiteren Modells, das Monte Verdi 375C Cabriolet. Dem folgte kurz danach die viertürige, fünfsitzige Limousine mit der Bezeichnung 375-4. Am Genfer Saarob 1972 enthüllte das Unternehmen die Monte Verdi Berlinetta. Ein hübscher Wagen, der auch mit dem Chrysler Hemimotor bestückt werden konnte. Als sich die von der Energiekrise hervorgerufene Rezession mit voller Wucht bemerkbar machte, wurde 1974 das neue, auf der Berlinetta basierende Palm Beach Cabriolet doch noch vorgestellt. Und so präsentierte sich das Monte Verdi Programm in diesem Jahr. Mit drei ausgereiften Modellen der obersten sportlichen Klasse, dem Palm Beach Cabriolet, dem 375L 2 Plus 2 Coupé und der... ...und 1976 überraschte Monte Verdi den Markt mit einer der Zeit angepassten neuen Reihe der S-Serie. Die Firma hat wieder einen Aufschwung gegeben, das ist wieder so aufgegangen in den Verkaufszahlen und zwar wieso unsere lieben Herren Scheichs und die... ...1976 in Genf wurde der neue Monte Verdi Safari Luxusgeländewagen vorgestellt. Auf Anhieb erkannte der Schweizer Unternehmer, dass eine schnelle Anpassung mit großem Erfolg gekrönt wurde. Der Luxusgeländewagen war, wie seine Vorgänge, ebenfalls ein weltweiter Erfolg. Besonders in arabischen Wüstengegenden wurde der Safari ein bevorzugtes Transportmittel. Zum Safari Luxusgeländewagen entwarf Peter Monte Verdi ein Jahr später, 1977, eine Limousine der behobenen Preisklasse und stellte die Monte Verdi Sierra Limousine vor. Der mit einem 5,2 Liter Kreislermotor ausgerüstete, 180 PS starke Wagen wurde zusammen mit dem Safari in großen Stückzahlen in arabische Länder verkauft. Die in kurzer Zeit entwickelten Safari und Sierra entsprachen den neuen Verhältnissen. Das ist das Programm gewesen, das wir geöffnet haben. Ein 1970, wenn Sie das schon mal gehört, modulieren Sie sich ein, das ist der Ort, wo wir hier sind. Das Auto ist natürlich im Saar und Welt angefangen und der gibt es die 1970-Sprache von 44 Jahren. Das Auto ist ein, das ist der Ort, wo wir hier sind. Die Ausstrahlung dieser zwei auf dem Kunden sowie aufeinander abgestimmten Serien von Monte Verdi Design setzten die Verkaufserfolge fort und wurden bald von neuen Varianten ergänzt. Eben Frühjahr 1978 wurde am Genfer Salon das Sierra Gabriele enthüllt. Eben 1979 erschien dann der Monte Verdi Sahara. Ein auf dem IHC Scout war sich an der 4x4 Geländewagen mit 4 Zylinder oder V8 IHC Motor. 1980 entstand aus der Sierra Limousine ein Stationwagen. Ein Jahr später entwickelte Peter Monte Verdi auf der technischen Basis des Mercedes 500 SEL eine neue Limousine, welche in einer limitierten Stückzahl unter dem Namen Monte Verdi Tiara gebaut wurde. Und dann haben wir die gleiche Frage mit der gleichen Platte und nehmen wir da, dass es die 1970-Sprache ist. Und das ist dann das Auto zur Publikation. 1980 erhielt Peter Monte Verdi vom amerikanischen Konzern International Harvester betrübliche Nachrichten. Sie hatten die Produktion ihrer Motoren, Achsen und der anderen bisher an Monte Verdi gelieferten Bestandteile eingestellt. Es war dem Schweizer nicht mehr möglich in wesentlichen Stückzahlen Wagen zu bauen und er beschloss die Produktion einzustellen. Zwischen 1967 und 1982 wurden mehr als 3000 Monte Verdi-Fahrzeuge hergestellt und in der ganzen Welt verkauft. Darunter die 1972 von ihm entworfene Oppel-Limousine auf der Basis eines Oppel-Diplomats. Diese Arbeit aus einem Designstudio wurde von Puppel zu Studienzwecken verwendet. Für Ford produzierte Monte Verdi Design einige Studien. Die Jugendbezeichnung Sierra, ein von Monte Verdi geschützter Name, wurde an Ford verkauft. Digitale Armaturenblätter wurden von Monte Verdi Design an verschiedene Firmen geliefert. Auch Uhren- und Bekleidungsdesigns kreierte Peter Monte Verdi. Eine italienische Firma gab Monte Verdi Design einer Motorjacht in Auftrag. Diese 20 Meter lange Yacht wurde von Monte Verdi gebaut und unter einem anderen Namen verkauft. Für Toyota wurde ein Super-Ace Transportfahrzeug mit luxuriösem Interieur entwickelt und für Subaru eine aufgewertete Kombi-Version erstellt. Das bekannteste Projekt von Monte Verdi Design wurde auf dem Range Rover Chassis aufgebaut. Der Wagen wird unter Lizenz bei Range Rover Limited in England in Großserie hergestellt. Der Wagen wird unter Lizenz bei Ring september 2020 in der mit dem Bergwerkzeug der Bauer Chassis aufgebaut. Der Wagen wird unter Lizenz von Otter Hans胎 und der RIV. Der Wagen wird unter Lizenz von der Zerstörung verwendet. Der Wagen wird unter Lizenz von hardcore. Der Wagen ist unter Lizenz von type Verdi Design und der RIV, Er ist in der Stadt von sogenannten Tänke von Konzester were in der RIV. Die Kirche müssen jetzt nicht sagen. Word, 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 Word. Word, 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 Word. Alles die erst die Kirche in der Kirche haben, die haben so viele Büro, die haben so viele Platz. Gott, 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 Gott. Bitte, Gott, Gott. Bitte, Gott, Gott. Bitte, ich frage dich. Sagst du doch noch einen Fokken von Baselbein als ich habe? Absolut, man kann mich nicht. Kein Problem. Es ist wie immer eine Größe für die Stadt. Jetzt, wo sie alle stossen zu machen, sowieso. Was ist denn? Ich muss nicht sagen, ist das denn? Ja, das ist ja... 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 Das ist... Das? Das ist ja... Wow, das ist, ich weiß nicht, wenn das so zu machen, dass es so wichtig ist... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Wie ist denn... Wenn ich mich... Da muss mich... Das ist ja... Da schreit und ich... MirUB.... Fahrtime... Moment an... Beide... Doch... Da ist ja... Danke... Musik... Da sind doch die Sow�... Danke. Aus... Das ist doch Tiefen. Das ist doch Tiefen. Nein, das ist doch Tiefen. Das ist doch Tiefen. Das ist doch Tiefen. 1978 wurde nach dem Pflichtenheft der Schweizer Armee ein speziell für Militärzwecke gebauter Wagen von Peter Monteferdi entwickelt. Dieses Fahrzeug wurde durch die Gruppe für Rüstungsdienste eingeht, getestet und allen Prüfungen unterzogen. Da eine große Stückzahl dieses Fahrzeuges gebaut werden sollte, beschloss Peter Monteferdi, das vollkommen ausgereifte Monteferdi-Military-Projekt an die Lastwagenfabrik Saurer in Arbon zu verkaufen. Saurer in Arbon übernahm ebenfalls den Lizenzbau einer von Monteferdi-Design konstruierten und gebauten Zivilversion. Ein 14-plätziger Frontlenker wurde als Ergänzung des Projektes von Monteferdi gebaut. Auch der Bau dieses Einzelexemplars wurde der Firma Saurer übertragen. Durch die Stilllegung der Firma Saurer in Arbon wurde die Produktion der von Monteferdi entworfenen Fahrzeuge eingestellt. Anstatt dem Einsatz der geplanten Monteferdi-Saurer-Transporter war die Schweizer Armee gezwungen, Produkte aus dem Ausland zu importieren. Was passte besser zum stillgelegten Betrieb in Biningen als ein Automuseum? Nach langer Planung entstand dank der Initiative von Peter Monteferdi das größte und umfassendste Automuseum der Schweiz. Im Oktober 1985 wurde der erste Teil des Museums eröffnet und mit der Zeit ausgebaut. Heute sind in den ehemaligen Produktionsräumen mehr als 130 Fahrzeuge am Baujahr 1950 bis heute darunter mehrere rennbereite Formel 1 Wagen ausgestellt. Wir haben hier im Restaurant, wenn wir hinten noch keinen Kalkaschen. Wir haben ein Schwiegerl, ein Schwiegerl und ein Präsentativauto. Und zu einem haben wir aber nach dem Bundesrat zur Verfügung gestellt. Das war auch für uns eine Rekonomie gewesen und ich meine, als Schweizer Auto sollten wir das so etwas auch schätzen, wenn man es schon hat. Haben Sie nicht auf mir gesehen, dass wir es ein Bild von der Hand haben, dass wir die überliebten Mercedes-Benz fahren. Und zwar ist das Auto. Ja, das ist halt so. Ganz genau. Aber schön ist es, als Sie, weil Sie in uns dann abgeholt worden sind und Sie sind hier im Museum von uns abgeholt worden. Ein komplettes Monteverdi-Designstudio enthält Exemplare von allen für die eigene sowie für Fremdmarken von Peter Monteverdi angefertigten Produkte. Ja. Vielen Dank. Ja, das ist groß. der weltgrösste Sammlung von Monteverdi-Fahrzeugen, sondern mit über 9000 Stücken Europas grösste Kollektion von Automodellen im Maßstab 1 zu 43. Wie bisher wird der Name Monteverdi auch in Zukunft für Qualität und Ästhetik bürgen. Untertitelung des ZDF, 2020